Wir werden ab dem 9. Mai die zweite grössere ÖV-Umstellung haben, die geplante zweite grössere ÖV-Umstellung. Das heisst, die auf dem zentralen Bahnhofplatz sich befindlichen Buslinien. Das sind insbesondere VBSG-Linien, die während ab dem 9. Mai quasi Peripherie herausverleiht, sprich zum einen an die Kornostrasse, die fertig erstellt ist, und zum anderen an die St. Clernathsstrasse. Gleichzeitig werden wir für den Bau der Rathausunterführung, oder PU Ost, wie wir sie auch nennen, wird es nötig sein, dass ein Teil der Unterführung abgesperrt werden muss. Das hat zur Folge, dass ab dem 9. Mai der Durchgang von Norden nach Süden, das heisst von Seiten Rosenberg, Rosenbergstrasse, zum Bahnhofplatz nicht mehr über oder durch die Rathausunterführung möglich ist. Man kann die bereits fertig und aufgewertete Unterführung West, also PU West, benutzen. Oder wenn man Richtung Stadt geht, kann man die Bahnhofstrasseunterführung ebenfalls direkt angehen.